aber ein Knöchel daran gezeigt die Sieg früher gab es immer dieses komische Autsch die Brülle von dem Typ um ich weiß gar nicht äh gar nicht dann überhaupt das neue hier ist hingekommen früher gab es das nicht das weiß ich aber ein es gibt ja schon länger das weiß ich auch ach so, da wäre man gar nicht hinzukommen ja ok das zählt das zählt ja ja zu blöd ist um zu scheißen dann sollte man es lassen Gott so sind wir wieder hier 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 ist einfach nur falls man da runterfällt nein Gott ich kann nur blind sein Jam 12 Sign is pointing at the bottom da wo das Schild zeigt Puh äh 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 aber doch gut so ich glaube jetzt konnte die Leiterin Tänzü teilt äh 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 rechts um die Ecke finde ich ein Fachhoch eigentlich noch nie die Zeit wenn ich das gar nicht verkannte hat man so es gilt ich wie zieht die sage ich jetzt mal aber nicht auf die Reihe kommt ja ich glaube äh äh komm schon ja 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 ich sollte ich ich man ist immer so fort krampft wenn man hier irgendwas macht in der ganzen Map ist man verkrampft 3 vor allem steht streit mit den ganzen Kaptehn da ist man verkrampft Challenge 3 auch m also ich denke ich war nicht ohne wir sind schon beim beim Schluss ich sag jetzt nichts das hat geleckt da hat mir kein Glück es hat fertig ihren hat dann können wir auch mal wieder da normal auf und auf bei uns gerade wird sagen hey vielleicht lag seine Sichtweite nicht so gut war aber anscheinend doch nicht das wird Nacht ich würde mir jetzt gar nicht ich war schon oben ich hatte es doch schon geschafft drüben mit dem Bett die Pros mit Karte die aber nicht leider ich glaube ich würde ich auch länger dranhängen ich bin ich bin ja einmal Kumpel um lebt um die Säule rum wenn ein hier ist dann geht's zum nächsten ich will um es kommt und noch nicht ich will ich habe schon dass das aber liegt wenn man zwei normales Telefon hat hat jeder also kein Handy sondern zu festnetztelefon ohne das in der Hand hat als ich ja gefragt dieser bestimmt richtig gut werfen können meines Erachtens nach liegt das ziemlich gut in der Hand und ich jetzt hin sagt mir bitte ihm kommen wir so das Staat ist da und er hat den Kapitel also wir haben es geschafft ja der katar wir wollen schon in 15 15 die Schüchner mal nach der Szene Sprecher zu laut Make sure play und Peace will beobachtet wenn das steht viel Darm ist einställig die Breitmann hoch ja Minimum Udi geht schlecht ich sehe es zwar alles aber ein selbst gut ich habe schon Schwierigkeiten was zu erkennen damit ihr garantiert auch Schwierigkeiten haben aber er ist noch Spiel behaupten will ich jetzt haben ich glaube wenn schon bei Teil 3 Licht aus an ihr lassen es mal an hier haben wir sehr komisch bekannte Schwierigkeiten sprung wenig nicht schafft auch nicht bitten gelingt es dann doch gut Checkpoint die Posten jeder erwartet irgendwas cooles aber keine Uhr die ich dabei gedacht hätte nicht Unverschämtheit Uo Tz 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 P Tz Tz Tz